Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player's Hub Channel, ich bin euer Silphi und heute setzen wir auch mal unsere Snowball Reihe fort. Im letzten Video haben wir uns mit der Duo Botlane beschäftigt, heute ist jetzt die Midlane dran. Wie auch im letzten Video gibt es in diesem genau dieselben Regeln. Erstens, ich zeige euch nur das Bilderbuch Decision Making mit einigen weiteren Optionen. Das Szenario, das ich euch hier zeige, könnte aber total anders sein als in einem richtigen Game, weil vieles immer von mehreren Faktoren abhängig ist, zum Beispiel von euren Champion. Zweitens, wir gehen von Anfang an davon aus, dass ihr ein Lead auf der Lane habt, zum Beispiel, dass ihr 2-0 steht oder 50 CS mehr habt oder was weiß ich auch. Von den Regeln dann aber ab ins Spielgeschehen. Ihr seid in der Midlane und habt euren Lead, ihr habt hier also jetzt zwei Optionen. Die erste Möglichkeit ist es, den Tower zu snacken, also so gesehen nichts besonderes. Solltet ihr das aber nicht können, weil der Gegner zum Beispiel zu viel Wave Clear hat oder weil der gegnerische Jungle immer wieder kommt, um euch auch aufzuhalten, aggressiv zu gehen, dann könnt ihr einfach die Wave einpushen und nach einem Road nachschauen. Hierbei müsst ihr immer darauf achten, ob es die Bot oder die Toplane sein soll. Falls ihr nicht wisst, welche Lane sich besser anbietet, habt ihr hier einige Denkanregungen. Erstens, wo steht der Gegner auf der Lane? Sollte ein Gegner zum Beispiel direkt an seinem Tower sein, denkt immer über das Risiko nach, das ihr bei einem Dive haben könntet. Sollte der Gegner natürlich ganze Zeit weg bei seinem Turm sein, ist das Risiko auch geringer. Von der Positionierung zur Lane auch zur zweiten Regel, die damit zusammenhängt. Habt ihr hier genug Burst oder CC, um den Gegner zu töten? Die Positionierung des Gegners sagt immer aus, wie viel Damage oder CC ihr braucht. Wenn der Gegner zum Beispiel ganz weit weg von seinem Tower ist, ist nicht zwangsweise viel CC oder Burst Damage nötig, um ihn zu machen. Da würden theoretisch auch zwei Tanks einen Kill holen. Die haben vergleichsweise viel CC, aber an sich auch wenig Damage, aber weil der Gegner so weit weg von seinem Turm weg ist, braucht man auch nicht zu viel Burst Damage. Sollte der Gegner aber nah oder direkt an seinem Turm sein, ist viele Burst Damage und im Idealfall CC schon sehr angebracht. Die dritte Regel, ist euer Jungle vielleicht in der Nähe oder auf dem Weg zur selben Lane wie ihr? Es ist immer viel effektiver, eine Lane zu ganken, wo auch euer Jungle ist, weil ihr so mindestens mit einem Spieler mehr in der Überzahl seid. Die vierte Regel ist die wichtigste Regel. Wie hoch ist der Nutzen für das ganze Team, wenn ihr dieser Lane hilft? Zum Beispiel eine Lane auf der Bot Lane könnte mit zusätzlicher Hilfe mehr anfangen als ein Galio oder Nautilus auf der Top Lane. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass auf der Bot Side der Drache ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Inferner Drache da ist, ist die Belohnung für einen Bot Lane Gang nochmal viel höher. Versucht bei der Entscheidung immer darauf zu achten, dass die Erfolgschancen für einen guten Roam hoch sind. Ihr wollt ja schließlich auch selber so viel wie möglich aus diesem Roam rausholen. Aber gut, jetzt schauen wir auf Szenarios, was mit dem Turm passieren kann. Entweder Roam ist so gut, dass auf der Side Lane ein Tower fällt oder der gegnerische Turm in der Mitte fällt. Sollte der Tower auf der Side Lane fallen und ihr spielt einen Assassin oder einen starken Split Bush Champion, so versucht, falls möglich, mit der Person, die ihren Turm gemacht hat, die Lane zu swappen. Im Idealfall macht eure Bot Lane den Bot Lane Tower kaputt und ihr geht dann auf die Bot Lane runter. Bei einem Top Lane Tower ist das Swappen nicht immer möglich. Achtet hier darauf, dass euer Top Linder dann auch einen Champion hat, der okay ist in der Mitte. Zum Beispiel ein Rumble oder ein Jace. Für Assassins und Mages gilt aber dasselbe Prinzip, wenn der gegnerische Turm in der Mitte zuerst fallen sollte. Puscht die mit Lane Hard ein und sucht wieder nach einem Roam. Das macht ihr so lange, bis ihr eine der Side Lanes öffnen könnt. Solltet ihr jeden der T1-Türmer haben, so müsst ihr euch jetzt wieder dem anpassen, was ihr spielt. Und ihr müsst richtig hin und her rotieren. Assassin Champions wie Zed, Ari und Yasuo sollten auf die Side Lane gehen und dort Druck aufbauen. Wichtig ist für die Auswahl der Side Lane aber zwei Faktoren. 1. Habt ihr TP, ja oder nein? Solltet ihr TP haben, steht immer auf der Seite, wo das Neutral Objective ist, welches ihr haben wollt. Das heißt, wenn euer Team den Nash machen will, geht ihr auf die Bot Lane runter. Wenn euer Team den Drachen machen möchte, geht ihr auf die Top Lane hoch. Wenn ihr kein TP haben solltet, steht immer auf der Seite, wo das Neutral Objective auch ist. 2. Auf welcher Seite gibt es einen T2-Turm. Euer Ziel beim Split Pushen ist es im Idealfall, den T2-Turm mitzunehmen. Von daher wollt ihr immer auf der Seite der Map sein, wo es ebenfalls einen T2 Tower gibt. Falls die beiden Regeln aber in einem Konflikt zueinander stehen, achtet darauf, dass Regel 1 immer die Oberhand hat. Also Leute, wenn ihr ein Split Pusher seid, dann geht ihr auf die Side Lane und pusht sie ein. Kümmert euch aber vorher darum, dass ihr gute Vision habt. Ihr wollt ja schließlich ein 1v2 vermeiden. Nachdem sie eingepusht ist, könnt ihr entweder den Gegner, der gegen euch abgestellt wird, aus der Lane rausverrasen oder ihn vielleicht sogar towerdipen und euch langsam über die Zeit den Tower gönnen. Sollte das nicht möglich sein, dann wiederholt den Vorgang, den wir vorher in der Mitte gemacht haben. Pusht die Lane ein und versucht in die Mitte zu rotieren. Ihr rotiert dann so lange hin und her, bis die Verdächtigung des Gegners zusammenbricht. Wenn ihr aber etwas spielt, das nicht gerne auf die Side Lane gehen möchte, dann macht ihr das ähnliche Spielchen wie auch die Assassin nur in der Mitte. Tötet den Gegner und macht den Tower. Oder ihr könnt die Lane einpushen und roam. Ihr macht das Ganze wieder so lange hin und her, bis sich die Map öffnet. In beiden Fällen ist es aber wichtig, in der Lage sein, vor dem Gegner pushen zu können. Im Normalfall, wenn ihr erhört seid, ist das kein Problem. Sollte der Gegner sich euch in die Quere stellen, hältst einfach mit etwas Gewalt nach. Wie immer achten wir aber auch auf die vier am Anfang genannten Regeln. Das ganze Spielchen, egal was ihr spielt und auch wo, könnt ihr dann so lange machen, bis alle T2-Türme kaputt sind. Hier endet das Tutorial dann aber auch. Wie ihr dann in die Base reinkommt oder ob ihr den Nash machen solltet, sind Sachen, die von viel zu vielen Faktoren abhängig sind. Dazu will ich dann jetzt auch ungeändert was sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like da lassen. Gegen ein Abo hätte ich natürlich auch nichts. Ihr habt Kritik an diesem Video, dann schreibt es einfach konstruktiv in die Kommentare rein, damit ich es dann beim nächsten Video besser machen kann. Das war es aber auch von mir Leute. Tschüss, tschüss, Audi Rhein und good luck beim Climpen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.